Hallo liebe Schildmeid und Wikinger, willkommen zu einer weiteren Folge Foodtruck Simulator mit eurem Erik Vikingson. Auf geht's würde ich sagen und zwar zur Westside Arena. Ich bin gespannt was uns heute erwartet. Ich habe gerade überlegt ob ich anders fahre, aber nee komm. Alles gut. Die Slowpies sind auch wieder unterwegs, hier wird wieder bei Rot über die Straße gegangen. Das ist wieder super, na klar, geh doch mit. Warum denn auch nicht, geh ruhig mit, ihr zwei dürft überall hin, wo ihr wollt. Finde ich ganz super. So, Bus only, wir sind Foodtruck only, wir haben eine wichtige Mission. Ja, hättest du mal gewartet, ne, ich bin im Bus. So, ab zur Arena. Arena. Hier wieder rechts rum. Oh mein Gott, ich bin echt gespannt was uns heute erwartet. Seid ihr da? Seid ihr auch so aufgeregt wie ich? Ab geht's zur Arena, zum Stadion. Endlich hat's einen Sinn. Endlich hat es einen Sinn hier hinzufahren. Da ist es. Da ist die Arena. Oha. Unser Arbeiterviertel hat das uns ermöglicht. Oh je. This place sure has changed since last I saw it. What a spectacular place to cook. It's so big. Now I need to find a place to register. Okay. Okay. Habe ich? Und jetzt soll ich eh drücken, oder was? Okay. Wähle die gewünschte Lebensmittelart für den Wettbewerb. Asien Cuisine. Wow. Geht's jetzt los? Ich habe doch nichts eingekauft. Wenn gehen wir auf Sushi? Ich komme nicht mehr raus. Ich komme nicht mehr zurück. Hey, ich wollte nur gucken was passiert. Oh mein Gott nein, ne? Wir haben keine Ware. Wir haben gar nichts. Ladies and gentlemen. Welcome to our annual food truck competition. This is the moment you've all truly been waiting for. Live from the sold out Westside Port Mariners Arena. It's time for the competition grand final. Please welcome our three participants with thunderous applause. Dennis is da. Wait, what? It's him again? I can't believe it. We have a score to settle Dennis. And we're settling it here. And now. Let's see who's better. No dirty tricks. Hey. Ich hab keine Ware. Now it's time to present the rules of today's final. To begin with, participants must stock up on products using the store panel available on the tablet at their food trucks. Using the store panel for free is possible only for the first time. If the participant decides to request more supplies, it will cost him points. Every dollar earned means one point in the classification. Okay. The participant who best fits the tastes of the customers and sells the most high quality dishes wins the competition. So, let's get started. Are you ready? Yes, baby. Okay. Wettbewerb. Der Wettbewerb bewindet eine Runde von 12 Minuten Kochzeit. Okay. Vor dem betreten der Arena kannst du wählen, welche Art von Küche du anbieten möchtest. Haben wir gemacht. Wir nehmen die japanische Küche. Auf Zutaten im Job Panel im Food Truck. Die erste Bestellung ist kostenlos. Du hast 45 Sekunden, um die Bestellung zu tätigen. Jede weitere Bestellung kostet dich 50 Punkte. Du hast nur 30 Sekunden, um Zutaten zu kaufen. Jeder verdiente Dollar bedeutet einen Punkt in der Klassifikation. Du musst mehr Punkte sammeln, als die anderen Teilnehmer, um zu gewinnen. Okay. Three, two, one, start! Gotta be quick. Wo, wo, wo ist mein Panel? Wo ist mein Panel? Wo ist mein Panel? Wo ist mein Panel? Da ist mein Panel. Okay, let's go. Let's go. Wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen das einmal. Let's go. Ganz ruhig bleiben jetzt. Ganz ruhig bleiben. Wir müssen überlegen. Ich kaufe das kurz ein. So, das werde ich einkaufen. Ich werde Chili einkaufen. Ich werde auf jeden Fall Reis einkaufen. Nori Blätter einkaufen. Das einkaufen. Wir haben 12 Minuten Zeit. Alles cool. Alles cool. Alles cool. Wir machen die Sushi Küche. Ich mache von jedem 2. Okay, bestellen. Let's go. Okay. Alles äh. Zack. 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 Alles easy. Alles easy. Guck mal. Hier. TK. 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 Kühlschrank. Kühlschrank. Let's go. Looks like I have everything. Time to cook. So, komm. Bestellt Jungs. Bestellen. 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 Bestellen? Danke. Thunfisch. Okay. Oh mein Gott. Jetzt bin ich gerade vollkommen, äh. Proban ist alle. Ich bitte euch. Gott sei Dank hab ich's gekauft. Es geht los. Reis. Zack, zack. Stelle hin, bitte. Okay, wir fangen hier oben an. Weicher Reis. O Schinko. O Schinko. TK. Das haben wir alles im TK. Bleib ruhig. Ganz ruhig machen wir das, ja? Und ich werde jetzt versuchen, nach jedem Gang irgendwie was zu reinigen. Hallo. Okay, O Schinko, Avocado. Weicher Reis. Nimm den raus. Weicher Reis. Okay, pass auf. O Schinko eine und eine Avocado. Leg das bitte da hin. Wir haben genug Zeit. Wir haben das lang genug geübt. Das ist unser Tag jetzt heute. So, zweimal Avocado. Copio. Haben wir hier drinnen. Alles frisch. Und rollen. Richtig? Rollen. Okay. Keine Fehler bitte. Sehr gut. Nimm das hoch. Auch nicht nach den Punkten gucken. Ich lasse es drauf ankommen. Ihr könnt von mir aus nach links gucken. Ich werde es nicht tun. 1, 4, 5, 3. 1, 4, 3. Sehr gut. Okay. Wasabi. Wasabi ist im Kühlschrank, mein Junge. Sehr gut. Macht drauf. Und da rein. Okay. Das Problem ist, wir haben nicht viel Zeit. Das ist das Einzige, was uns genickt bricht. Wir haben noch 9 Minuten. Mein Gott. Das darf nicht passieren, sowas. Das muss gleich treffen. So. Bestellung Nummer 1. Bitteschön. Okay. Awesome. Alles ruhig. Alles ruhig. Gunfish. Gunfish Fotomaki. Gunfish Fotomaki. Gekochter Reis. Den haben wir nicht. Wir haben Weichen. Den brauchen wir hier oben. Okay. Zweimal gekochter Reis werden wir brauchen. Okay. Wir brauchen Thunfisch und Basis Nori. Thunfisch TK. Okay. Der Reis gleich gekocht. Okay. Lass uns das kurz aufhitten. Weich auf Gewürz. Mach ich hier hin. Weich. 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 Und einmal gekocht auf Basis. Noch dazu. Das ist Sushi Rolle Nummer 2. Pass auf. Wir sind hier oben. Thunfisch. Thunfisch TK. Wow. Ich hoffe ihr seid da. Ich hoffe es ist alles okay. Oh mein Gott. Seid ihr so aufgeregt wie ich. Ich gucke absolut nicht nach irgendwas. Das sah ich euch. So Copio drauf. Zack. Und den Thunfisch da drauf. Jawoll. 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 Rollen. 3 3 5 1. 3 3 5 1. Haben wir geschafft. Awesome. Mach auf bitte. So. Ohne nichts. Alles nur Basic. So. Ein bisschen Konzentration jetzt hier. Alles gut. 7 Minuten. 8 Minuten. Haben wir noch. Auftrag Nummer 2. Bitteschön. Yes. Yes. Sehr gut. Dann haben wir oben Schaf. Lachs. Und einmal Gemüse. Okay. Wir haben Lachs. Haben wir noch nicht. Alles gut. Wir werden noch nicht so viel Lachs brauchen. Das heißt ein Schnitt. Und fertig. So. Wir haben einmal Lachs. Lachs geht oben auf Weich. Auf den hier. Lachs. Avocado. Avocado. Habe ich. Avocado. Avocado. Dann brauche ich hier unten Copio. Haben wir. Und wieder Avocado. Alles geschnitten. Avocado. Zweimal. Yo. Und dann brauchen wir noch dieses Copio Zeug. Und dann werden wir noch Chili brauchen glaube ich. Doch nicht. Sojasuße. Alles cool. Alles easy. So. Die Rolle haben wir oder? Yes baby. Rollen. Und auch hier rollen. Haben wir geschafft. So. Erstmal die Basic. Die Basic Roll. 0. 6 4 3 5. 6 4 3 5. Basic safe. Wir machen alles nacheinander. Wir machen alles nacheinander. Ganz komisch. Kurze, schnelle Wege. Sehr, sehr gut. Ey. So läuft das richtig gut gerade. Ich fühle mich sehr gut. Und wir haben hier Sojasauce. Nehmt die bitte raus. Die ist da nicht drin. Die ist im Kühlschrank. Das muss schneller gehen. Das war Vorbereitung. So. So. Soße ist drauf. Und ab dafür. In Nummer 3. Ne? Richtig. Nummer 3 ist drin. Dann haben wir die Roll. Komm her. Nichts passiert. Das ist richtig. Es ist nichts passiert. 4 5 4 4. 4 5 4 4. Herr Vikingson. Mein Gott. Hallo. Da ist Dennis dran. Dennis hat unsere Schublade manipuliert. Die geht auf und zu. Obwohl wir sie gar nicht anpassen. Das ist frech. Die können wir auch rauflassen. Da laufe ich drum rum. Das sind auch alles Wege, die wir nicht brauchen. So. Pass auf. Was brauchen wir hier oben? Wasabi. Wasabi rein. Zack. Erledigt der Fall. Bam. Und weg. Und tschüss. Alles gut. Schließen. Wie viel Zeit habe ich noch? Alles gut. Einmal kurz ausmachen. Wir müssen hier kurz reinigen. Kein Dreck bitte. Kein Dreck. Das ist alles wichtig. Das ist alles wichtig für uns. So. Sehr gut. Okay. Scharf. Und dann hier oben. Wow. Gewürz und Basic. Gewürz. Basic. Und zweimal Reis. Beide mal weich. Okay. Hallo. Ach. Come on. Zieh den Scheiß raus hier. Oh. Zwei. So. Wir brauchen Lachs. Hab ich nicht da. Hol ich raus. Alles gut. Lachs ist genug da. Wir werden nicht nachordern müssen. So. Lachs ist da. Thunfisch ist da. Avocado. Avocado. Brauche ich vier. Brauche ich noch mal ne Avocado. Brauche ich noch mal ne Avocado. Brauche ich noch mal ne Avocado. Auf 2. 1. 2. 2. Hallo. Was ist denn das jetzt hier. Das war ja wohl frech jetzt hier. Weich. Weich. Kommt. Bring raus hier. Und weich. Okay. Thunfisch. Auf Basic. Und Lachs auf. Den hier. So. Avocado. 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 Haben wir drauf. Und hier Avocado. Avocado. Chili. Okay. Avocado. Avocado. Onkyo. Und Chili. Chili ist im TK. Zweimal. Sehr gut. Auf Basic. Richtig. Oder. Ja. Okay. Und keep rolling. Oh. Das ist anstrengend. Ey. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist richtig anstrengend. Schlecht gerollt. Mist. Okay. Egal. Weitermachen. 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 5. 4. 6. Wir haben die Basic. Ne. Wir haben die. Doch. Wir haben die Basic. Ja. Das ist das Stück Würz mit Lachs. Das ist der hier oben. Ist ja auch egal. Ist ja beides für diese Bestellung. Eine Frage habe ich. Warum ist das Grün da? Ich habe noch Basic genommen. Geht da noch irgendwas drauf? Ja. Wasabi. Zack. Erledigter Fall. Wiedersehen. Level Nr. 4. Rein damit. So. Nächsten schneiden. 1. 6. 3. 4. 1. 6. 3. 4. Awesome. Zack. 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 Immer schön die Ruhe behalten. Immer schön die Ruhe behalten. Immer schön die Ruhe behalten. Da geht nichts drauf. Kannst du so wegtun. In die 4 rein. Und auf Wiedersehen. Sehr gut. Wir sind hier oben. Veggie. Kriege ich nicht hin. Veggie. Schaffe ich nicht mehr. Scheiße. Okay. Und hier unten. Braucht das auch noch. Mach das rein. Nein. So. Beide aufgekocht. Beide aufgekocht. Beide aufgekocht. Beide auf Basic. 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 Einmal unpünktlich geht. Einmal gekocht hab ich. Zack. Und auch hier gekocht. Komm den raus hin. Nimm den doch raus. Und zack. Onkyo und Avocado. Wir versuchen es trotzdem. Komm. Mach zweimal. Danke. So. Beide hier drauf. Avocado. Avocado. Kommt. Oh. Das wird knapp 4 Sekunden. Schaffe ich nicht mehr. Geht mal einmal zurück. Wird einen Punktabzug geben. Bitte. Zweimal Avocado. Ja. Oh weia. Oh weia. Oh weia. Ich guck nicht auf die Punkte. Ich hab noch nicht einmal geguckt. Ich weiß nicht was da abgeht. Ich mach gerade den Veggie. Sehr gut gerollt. Nein. 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 Mach nicht den Fehler. Das Ding rollt ihr weg. Dann lieber. Jetzt ist eh schon Brüder verschütt. Zwo. Eins. Zwo. Sechs. Zwo. Eins. Zwo. Sechs. Dann lieber ruhig und elegant. Anstatt richtig im Stress hier. Ja. Ach, die ist ja. Oh ne. Ja. Wohin. Auftrag Nummer 5. Ich weiß es war schlecht. Es war zu spät, aber kommt. Bleibt cool. Bleibt bitte cool. Lachsfotomarket. gekochter reist der ist drauf lachs lachs ist nicht da einmal schneiden wir haben nicht mehr viel zeit ja ja bitte beim nächsten mal kriegst du schneller kann mal passieren aber es ist auf jeden fall lukrativ und nein wir haben es geschafft i can stare at this endlessly his last photo with the trophy he was so happy so proud back then i thought it was something i wouldn't ever get but i understand it now i won't forget this feeling for the rest of my life i hope you're proud of me i've come to love what i do as much as you did it's time to continue this but this time doing it for myself as well and there's a lot of work ahead of me let's go wow ihr lieben wir gehen auch dran wir haben es geschafft hello there champion clara it's always good to hear you are you rested those were intense days with lots of celebration yeah really intense but i feel ready to come back to the business happy to hear that west side port is open to you you can cook wherever you want don't forget to take care of your truck and garage but that's not everything you always have something for me that's my role check out the new opportunities offered by the city on your pc and have fun kid see you later see you clara ihr lieben das war's wo soll man gucken ich bin total fixen fertig karte wir sind durch wir haben es geschafft wir sind gut truck champion wir haben es geschafft es ist dann es ist erledigt oh mein gott das war's ihr lieben damit geht eine kulinarische reise zu ende ich hoffe ihr hattet spaß es war der wahnsinn wir sind food truck champion dankeschön fürs zuschauen es hat sehr viel spaß gemacht das war die letzte folge vom food truck simulator es war mir eine ehre und ich hoffe es hat euch gefallen macht's gut bis zum nächsten mal euer eric tschüss